Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben, den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Yusuf Pausen, Tor und damit führen sie hier. Sie kommen heute häufig zum Abschluss und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend. Es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.